Josef, wie hast du dich gefühlt in der Zisterne, als deine Brüder, es sind ja nur Halbbrüder, dich verkauft, als kennen sie dich nicht, wärst nur lästig, als ob ihr nicht miteinander Familie gelebt, euch fremd seid? Vielleicht war es ja auch so, weil euer Vater immer noch geprägt von List, sich alles zu erhaschen, erster sein, Erstgeburtsrecht, und mit Beharrlichkeit, oder war es Angst vor dem Dienstherrn, deswegen, solange seine Knechtschaft erduldete, bis er sie, die ausgesuchte Frau, bekam. Josef, wie hast du dich gefühlt, so zurückgesetzt, als die zwei Mitgefangenen dich vergessen, du durch eine Lüge, obwohl Knecht, vom hohen Rost gefallen und wieder ganz unten liegst, im Gefängnis bist? Josef, wie hast du dich gefühlt? Da gibt Gott dir Träume, wusstest du das, dass sie von ihm sind? Vielleicht warst du gar nicht so hochmütig, wie man sagt, sondern einfach nur naiv, als du die Träume erzähltest. Freu dich, wie ein kleines Kind, weil du etwas hattest, was dir gefiel, endlich etwas, was dir Kleinen bei den Brüdern vielleicht Anerkennung einbringt. Anerkennung bei Geschwistern? Klappst du an sowas? Ehrung? Frag doch mal deinen Vater. Ich weiß, du hast eine Hilfe gefunden, die dich dazu gebracht, seelsorgerisch, dich besser, um deine Familie zu kümmern, als dein Vater es zuvor tat, der alles für sich nahm, sogar seine Kinder, seine Söhne, sein Reichtum. Josef, wie hast du dich gefühlt in deiner Rolle als der, der wusste, dass alles Gute von Gott kommt und nun durch dich weitergeleitet an deine Familie? Fühltest du dich nicht missbraucht als Geschichte für eine Nachwelt, die sich mit dir identifiziert, weil selbst Ähnliches erlebt? Hast du dich nie gefragt, was Gott dir damit zu sagen hat, mehr als nur Unterhaltungsstory sein für einen Plan von Gott, den man nur irdig versteht, dass Gott alles gut macht? Das Leid war deins. Und das Beispiel auf Jesus Christus mit seinen Leiden, davon hattest du auch nichts. Wir vielleicht heute. Aber nur, wenn wir begreifen, dass alle Leiden auf ihnen lagen, er unser Platz eingenommen. Denn sonst wird's nur eine Superman-Geschichte draus, Joseph Christ-Superstar. Oder es wird eine Mid-Light-Story draus, Allah. Ach, der arme Josef, ich find mich da wieder, Schluchz-Opera. So ein Quatsch. Gott muss dem mehr gesagt haben. Und vielleicht auch etwas verheimlicht. Sich verheimlicht. Der unbekannte Gott. Der verborgene Gott, der sich nur denen offenbart, die... Nein, nicht denen, die sich ganz hingeben, ernstlich beten oder sich einsetzen für die anderen. Der sich offenbart, den Unmündigen, denen, die zu nichts fähig sind, nicht mal zum Lieben. Joseph, ich weiß jetzt, was du gelernt hast aus dieser ganzen Geschichte. Vielleicht hast du dir gesagt, wenn Gott mich so groß macht, indem er mich zuerst klein macht, damit ich meiner Familie helfen kann. Wenn Gott mich nach seinem Plan eingesetzt, dann hat Gott vielleicht auch eine Familie und wurde von uns Menschen vertrieben, wie bei Jakob, mit Überliebe lieben. Mit dem Beugen von geistlichen Konzepten. Die Frage ist nur, warum Gott trotzdem segnet. Oder ist das schon die Antwort? Und bei dir, Joseph, gesegnet, um zu segnen, ja, das sicher auch. Aber vor allem eine Geschichte, so wie wir alle eine Geschichte haben, sei sie unangenehm und traurig oder angenehm und fröhlich. Dass wir verstehen. Hier erzählt Gott über sich selbst. Auch das Ende der Geschichte ist von ihm geplant. Und Mensch braucht seine Geschichte. Mensch braucht seine eigene Geschichte, um zu verstehen. Kannst verlieren oder gewinnen. Ein schlechtes oder gutes Leben leben. Ich, Gott, habe dir etwas viel Wichtigeres zu erzählen. Und dafür brauchen wir den Augenöffner, so wie Jakob. Verliere alles, was du hast. Dein Liebstes, dein Lieben, falsche Flucht, die in selbstgemachte Sorglosigkeit. Erste Mose 45, Vers 26 Und verkündigten ihm und sprachen, Josef lebt noch und ist Herr im ganzen Ägyptenland. Aber sein Herz dachte gar viel anders, denn er glaubte ihnen nicht. Da sagten sie ihm alle Worte Josef, die er zu ihnen gesagt hatte. Und da sah er die Wagen, die ihm Josef gesandt hatte, ihn zu führen. Und dann war der Geist Jakobs, ihres Vaters, lebendig. Und dann, Erste Mose 45, Vers 27 Und sie redeten zu ihm alle Worte Josef, die er zu ihnen geredet hatte. Und er sah die Wagen, die Josef gesandt hatte, ihn zu holen. Und der Geist ihres Vaters Jakobs lebte auf. Und Israel sprach, genug, Josef, mein Sohn lebt noch. Ich will hinziehen und ihn sehen, ehe ich sterbe. Und dann unterwegs den Trost Gottes, 46, Vers 4 Ich will mit dir nach Ägypten hinabziehen. Und ich will dich auch gewisslich heraufführen. Und Josef soll seine Hand auf deine Augen legen. Gott führt die Familie zusammen. Niemand soll alleine seinen ewigen Tod sterben. Sondern in der Familie Gottes, sein Erdenleben mit ewigem Leben beschließen. Wie im Himmel. So auch auf Erden.